Was hast du da gemacht? An deiner Oberlippe? Ich hab mir den Schnurr-Tag rasiert. Du hast gar keinen Bart. Ich hab dich nur verarscht. Das war bestimmt total teuer. Mach dir keinen Kopf. Du warst so fleißig, da hast du es dir verdient. Sie ist hübsch. Das ist meine Schwester. In letzter Zeit wirkst du angeschlagen. Was ist los? Egal nichts, alles Bestens. Alles Bestens, wirklich? Ja. Na ja, so ganz nehme ich dir das nicht ab. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit dir. Was machst du da? Wenn du nur ein Wort davon sagst, erzähle ich Mama und Papa von deinen Sexgedichten und dass du auf Jakob stehst. Können wir nicht in dein Zimmer gehen? Also, du stellst dir jetzt vor, das ist der Mund von dem Typ, in dem du verknallt bist. Was macht ihr da? Tomaten essen. Sehr schön, die Arme. Mein Gott. Willst du doch ein Bier? Wie kannst du mir das so was antun, du blöde Kuh? Ich helfe dir nie wieder. Scheiße, musst du mir eigentlich alles kaputt machen? Zieh es aus! Alles wird gut, ja? Ja. Jetzt lass doch den Scheiß! Ja. synergie. Ja. Ja. Nein. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017